Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal der Yamato, dem japanischen Schlachtschild auf Tier 10, bei den gewerteten Gefechten der 14. Saison. Ja, die Yamato, hier ist sie. Richtig schicke Tarnung von Already Sunk. Nochmal, danke, danke, danke. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Power-Dose-Taste klicken. Ich habe das Legendary-Module, deswegen spiele ich auch die Yamato, einer der Gründe. Ja, und dann habe ich natürlich auch den Yamamoto drauf und der hat dann auch so seine Kleinigkeiten. Also, ja, nun haben wir es zu tun hier mit zwei Conqueror, Yamato, zwei Des Moines, eine Minotaur, eine Colbert und einer Stalingrad. Keinen DD. Kein DD, kein CV. Okay, das ist natürlich jetzt, ja, ein spezielles Matchmaking, sage ich mal. Ja, müssen wir mal schauen, was wir da mit der Yamato jetzt hier machen können. Also, ich bin nicht wirklich ein Freund davon, jetzt hier so die Achterlinie durchzupreschen und da irgendwie die anderen überraschen wollen. Also, ist nicht so meins. Mit einem großen Kurfürst würde ich es vielleicht versuchen, wenn er auf Sack geskilt ist. Aber jetzt hier mit einer Yamato, nee. Mit der Yamato muss ich einfach sehen, dass ich so ein bisschen mehr, ja, genau, ein bisschen mehr die Position habe, die der da gerade angepingt hat. Also, irgendwie nicht so wirklich nah ran, aber auch nicht wirklich weit weg, ist so ein bisschen Gefühlssache. Und natürlich jetzt keine DDs im Spiel. Man muss einfach und kann dann auch ein bisschen näher ran, weil einfach wirklich so die Tops nicht so eine große Rolle spielen, die dann auf einen Zug rollen könnten. Denn man sieht den Kreuzer meistens ja relativ frühzeitig. Also, mal sehen, was wir hier jetzt machen können. Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen durchdrücken in Richtung des A-Caps. C ist aus meiner Sicht am Anfang uncappbar. Da sollte man einfach die anderen cappen lassen, weil in dem Moment, wo da einer reinfährt, ich weiß nicht, warum der hier die ganze Zeit so rumpinkt. Also, macht ihn nicht unbedingt kompetenter, da so rum zu pingen, weil wir sind auf Tier 10. Wir spielen hier alle gewertete Gefechte. Also, vermutlich nicht zum ersten Mal in dieser Runde. Und dass da irgendwo jetzt Gegner auftauchen werden, ist so wahrscheinlich wie irgendwas. Also, naja. Na gut, schreibt mal, be cool boy. Genau so sollte es einfach sein. Also, es ist völlig unsinnig, da die ganze Zeit rum zu pingen. Ja, also mal schauen. Richtung A und von da aus dann B und C abdecken, weil, wie gesagt, C ist aus meiner Sicht jetzt hier erstmal nicht cappbar. Das kann man gern die anderen ausprobieren lassen. De Moin macht mal Radar an. Okay, da kann man ein bisschen was sehen, aber wie zu erwarten, stehen die auch erstmal hinter den Inseln. Ah, eine Stalingrad. Oh, der dreht aber komplett ab. Der dreht nicht ab. Die Yamato dreht nicht so richtig weg. So dann. Versuchen wir mal unser Glück. Und ich muss natürlich sehen, dass ich jetzt irgendwie einen Winkel auf diese Dismount bekomme. Na, okay. Knapp 10.000. A haben wir jetzt, die anderen haben B. Die haben einen leichten Vorteil, weil sie etwas schneller cappen konnten als wir. Na, so, Stalingrad. Ne, weg ist sie. Da ist die Yamato auch wieder. Na, immer noch so auf dem gleichen Kurs. Und dann versuchen wir es doch nochmal. Bisschen weniger an so einer Yamato dran. Ist auch nicht weiter schlimm. Ah, da ist die Colbert. Na, und da. 21.300. Jupp. Das passt. Ja, nun muss ich ein bisschen nach oben ausweichen, denn man sieht es, da ist die Minotaur. Na, komm, 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 jetzt. Na, na, na. Nachladen, nachladen, nachladen. Jo, und raus. Und da ist sie auch schon zu. So, was jetzt ein bisschen unglücklich ist, ist, dass ich zusammen hier mit dieser Conqueror bin. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt da, aber gut, okay. Ich werde mal sehen, dass ich mich ein bisschen von dem entferne. Drei Durchschläge nur auf die Meinung. Also, wenn wir beide aus derselben Richtung schießen, ist das einfach Unsinn. Wir müssen einfach sehen, dass wir jetzt irgendwie hier so ein Kreuzfeuer aufbauen. Das ist für die gewerteten Gefechte das A und O. Kreuzfeuer der Schlachtschiffe. Wenn das nicht funktioniert, ist das Team nur die Hälfte wert. Ah, Colbert. Zu, also sparen wir uns das mal. So, Conqueror hat unsere Salem rausgenommen. Die Des Moines hat die Des Moines rausgenommen. Tja, wenn ich mir angucke, wo die so gestorben sind. Naja, gut. So, Stalingrad. Mal schauen. Bis jetzt ist er immer nach oben ausgewichen. Und? Und? Boah, 3922. Naja. So. Tja, selber ein bisschen eingedreht. Dann kann einem da nicht viel passieren. Also an diese Des Moines komme ich jetzt definitiv nicht ran. Damit muss ich mich jetzt erstmal gar nicht beschäftigen. Diesen Bereich erobern. Ja, genau. Conqueror. Steht hier hinten an der Insel und sagt den anderen, sie sollen den Bereich erobern oder was? Dann fahr doch selber dahin. Ja. Genau. Be cool. Ist die richtige Antwort. Wer hier versucht, C zu cappen, verliert ein Schiff. Mindestens eins. Also C ist dann cappbar aus meiner Sicht, wenn man wirklich sagen, oh, entdeckt. Wenn man wirklich sagen kann, oh, und gleich zielen auch schon wieder vier. Ja, Stalingrad ist mit dabei. Ich werde mal sehen, dass ich hier ein bisschen rausdrehe. Okay, fünf zielen. Wow. Jo. Das kann nur die Meinung sein. Da ist die Meinung. Oh. Na komm, 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 Tümme. Ach komm. Das ist immer wieder der... Ja, so ein Venetia. Und nu? Wo soll ich hin? Ich kann mich nicht in Luft auflösen. Wieder nur zwei Durchschläge. Wow. Jo, das passt aber sehr gut. So. Ah, die Demoine schafft es jetzt offensichtlich doch da zu cappen. So, jetzt braucht er aber definitiv Unterstützung. Weil von der anderen Seite kommt ja auch dann gleich Radar. Also, mal sehen. Flieger starten. Der rutscht wahrscheinlich nur ganz langsam jetzt nach vorne, weil er ganz vorsichtig sein will. Ah, 9768. Ah, was machst du? Da fährt er wieder ein bisschen ran. Der Venetia, du kannst hupen, wie du willst. Ich kann mich nicht in Luft auflösen. Geht einfach nicht. Ah, der kommt wieder nach vorne. Ganz wenig. So, mal sehen. War zwar das Inselsymbol, aber einfach mal ausprobieren. Muss ja nicht unbedingt alles hängen bleiben. Wow. Bleibt aber alles hängen. So, tja. Und jetzt haben sie mich hier auserkoren. Alle zielen auf mich. Bin ja auch wahrscheinlich der Einzige, der hier wirklich zu sehen ist. Da kommt es wieder von der Meinung. So, Flieger habe ich ja noch oben. Kann ich ja vielleicht ein bisschen was erkennen, wo das herkommt. Steht ein bisschen schräg, der Gute. So, dann hauen wir doch da mal rein. Zweimal haben wir jetzt einfach nur Durchschläge bekommen. Mal sehen, was jetzt da geht. Tja. Durchgeschlagen und ein Durchschlag. Und jetzt tanzt der hier wieder vor mir rum. Was machst du denn hier immer? Okay. So. Des Moines gegen Des Moines. Conqueror fährt da raus. Was haben wir denn da alles? Jetzt kommen sie da alle von der Seite. Ah, da ist die Mino wieder. So. Du fährst doch gleich an, oder? Ja, klar fährst du an. Ordentlich weit vorhalten, weil der springt quasi doch nach vorne. Also so eine Mino Tower fährt halt sehr, sehr schnell an. Mal gucken. Und wieder zweimal durchgeschlagen. Der hat aber auch, äh, ja, gut. Hat A und G einfach für sich gepachtet. Tja, wir haben inzwischen zwei Kreuzer verloren. Wir sind hinten. Die anderen cappen jetzt A. Das werden wir mal natürlich mit verhindern. Einfach die Yamato ein bisschen anschießen. Mal gucken. Oh, jetzt haben wir unsere Des Moines auch noch verloren. Jetzt haben wir drei verloren. Ja, nun kippt's hier wohl. Sechs, acht. Hm. Das ist jetzt nicht schön. Also wir müssen sehen, dass die A nicht bekommen. Aber das wird auch wieder schwer. Aber mal gucken. Der Yamato geht's gar nicht mehr so richtig gut. Ah, dann bleibst du da stehen. So dann. Oh, da hat er schon vom Conqueror eingekriegt. Und den Rest kriegt er von mir. Jo, weg ist die Yamato. So, jetzt ist die Stalingrad nur zugegangen. Der wird auch jetzt nicht mehr schießen. Oh, Conqueror. Ehrlich. Wer soll denn auf den da hinten jetzt schießen? Von uns, die wir hier alle hinter... Also, mein Gott. Spotte einfach mal die Stalingrad, fahr da näher ran und dann können wir da auch was tun. Das ist sinnvoller, als da irgendwelche Ziele anzusagen, die völlig hirnlos sind. So, da ist die Stalingrad. Ja, jetzt hat er aber A dann doch bekommen. Die anderen haben inzwischen auch drei verloren. Davon zwei Schlagschiffe. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Druck machen können. Radar von der Des Moines, die offensichtlich jetzt hier C cappt. Tja, die anderen halten jetzt A und B. Holen sich jetzt auch noch C. Es ist nur noch 5 gegen 5, aber die haben gleich drei Caps. Ich muss sehen, dass ich da irgendwie rankomme, um diese Des Moines aufzumachen. Aber ich muss natürlich auch sehen, dass ich jetzt weiterhin auf diese Stalingrad mitschieße. Ja, ne, der wird hier durchcappen. Keine Chance. Da... Ja, jetzt haben sie alle drei Caps. Wir sind zwar noch vorne, aber das wird sich gleich ganz schnell erledigen. So, Minotaur. Hast du wieder so ein Glück? Äh, nebelt. Und winkelt jetzt hier auch auf mich an. Nochmal gucken. Muss doch mal eine Salve verbinden mit mir fassen. Ja genau, 1480. Wow. Ach, komm, ernsthaft. So, nun muss ich natürlich hier auch schon wieder an die Tops von der Minotaur denken. Also, erstmal muss diese Stalingrad da weg. Das ist der, der mich jetzt hier spottet im Zweifelsfalle. Und wenn wir den nicht mehr haben, kann eine Conqueror das Cap zurückerobern. Ne? Ja genau, nochmal 1480. Wow. Aber jetzt ist die Stalingrad raus. Wir sind aber trotzdem hinten. So, und jetzt ist der Moment hier eben gekommen. Jetzt wird es halt schwierig. Ich fahre da nicht rein. Ja genau, jetzt kommt hier Hydro. Also, ich fahre hier nicht rein. Weil da kommen sonst jede Menge Tops von der Minotaur. Aber, ich muss hier erstmal abdrehen. Auch wenn die dann drei Caps haben. Aber, ja, dann muss ich rückwärts. Conqueror schießt von da hinten irgendwo. Und die Minotaur schießt natürlich jetzt da aus dem Nebel. Aber da das so lange gedauert hat, denke ich mal, werden die Tops jetzt schon rausgegangen sein. Also nutze ich jetzt diese Insel. Hier kann er nicht hingetorbt haben. Selbst wenn er hingetorbt hat, interessiert mich das nicht. So, mal gucken, ob ich da vielleicht auf die... Moin, ja, jetzt kommen hier von vorne noch Tops, okay. Wo bist du? Na, da hau ich doch auch noch einfach einmal rein. Und wieder einmal durchgeschlagen. Ey, das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. So, kann ich diesem einen Torp hier ausweichen? Ne, natürlich nicht. Natürlich trifft er den. Ah, weil ich da reinschießen wollte, habe ich eine Zeit zu gerade gehalten. Und dadurch habe ich jetzt den Torp gefressen. Na ja, gut. Wow, die anderen haben jetzt schon deutlich über 800 Punkte. Und wir sind bei 600 stehen geblieben. So, da gibt es nochmal einen für die Moin. Und damit ist die Moin auch raus. Ja, jetzt sind wir vier gegen drei. Und da kommen die restlichen Tops. Von denen fresse ich aber keinen mehr. Ja, laufen jetzt auch aus. So, da hinten ist die Colbert. Da ist dann auch die Conqueror. So, Colbert. Was machst du? Du machst da Druck auf die Smolensk? Okay. Also, dann versuchen wir doch der Smolensk mal ein bisschen zu helfen. Conqueror fährt nämlich auch in die Richtung. So, Colbert. Und? Jo, da gibt es nochmal zwei auf die Zita und weg ist die Colbert mit einem vernichtenden Schlag. So, jetzt haben wir das Problem der Mino Tower noch. Die sind immer noch 100 Punkte vorne, weil sie natürlich jetzt die ganze Zeit drei Caps hatten. So, Conqueror. Wir haben jetzt zwei Caps. Wir müssen jetzt sehen. Conqueror kann ja durchfahren jetzt zu B. Und wir müssen sehen. Oh, da ist die Mino. Jo, das waren mal 17.000 auf dem Conqueror. Gab den Unterstützer. Und nun schauen wir mal hier. Irgendwann muss das doch mit der Mino Tower klappen. So, komm. Jetzt dreht er schon wieder ein bisschen hoch. Ne. Oh Mann, ey. So, jetzt muss ich aber hier. Und wenn ich gegen die Insel fahre, das ist mir egal. Ich muss den hinteren Turm mit nutzen. Außerdem muss ich sehen, wenn er jetzt seine Tops rausgehauen hat, wird er die in diese Richtung gehauen haben und nicht hier hinter die Insel. Das kann er nämlich nicht. So, hinterer Turm ist soweit. Hinterer Turm geht raus. Und Mino? Jo, und endlich einen auf die Zitadelle bei der Mino Tower und den Großkaliber. Und vorderen Türme sind auch wieder soweit. Da kann ich dem Conqueror nochmal einen Gruß schicken. Die sind aber immer noch vorne. So, und jetzt stehe ich hier ein bisschen hinter dieser Insel. Aber ich finde das gar nicht so schlimm im Moment. Das Einzige, was blöd ist, dass ich hier nicht wirklich rumziehen kann. Ich kann nicht wenden. Kann den hinteren Turm nochmal einsetzen auf dem Conqueror. Aber ansonsten stehe ich hier erstmal. Aber ich muss auch erstmal auf die Tops warten. Da werden... Da sind schon die Tops. Okay. Das war klar. So, jetzt ist die Frage, komme ich hier vorne rum? Torpedos voraus. Ich komme einfach nicht weiter. Ich muss hier tatsächlich erstmal zurücksetzen. Oh, 4-8 nochmal auf den Conqueror. Der ist jetzt zugegangen. Unser Conqueror hat gleich B erreicht. Und ja, die Venezia fährt jetzt in C. Und jetzt stoppen wir seine Punkte. So, die Frage ist... Komme ich hier jetzt rum? Nein, ich komme hier nicht rum. Also, zurück. Weil ich will natürlich jetzt hier nicht stehen bleiben. Ist doch klar. Ich will an den Conqueror ran. Na, da ist er wieder. Versuchen wir es mal. Tja. Kannst im Chat jetzt Yamato schreiben. Aber ich kann im Moment nichts mehr tun, als ich jetzt hier schon tue. So, der ist jetzt bei über 900 Punkten. Aber das wird ihm jetzt im Moment nicht weiterhelfen. Er muss jetzt mindestens zwei von uns rausnehmen. Denn er kriegt keine Punkte sonst anderweitig. Und unsere Punkte ticken. Und es sind noch dreieinhalb Minuten zu spielen. So, nochmal 5000 auf den Conqueror. Und jetzt komme ich hier auch endlich weg. Und jetzt kann ich da auch ein bisschen näher ran fahren. Die anderen müssen eigentlich gar nichts mehr tun. Die müssen gar nicht mehr schießen. Zugehen. Und gewinnen. Mehr muss man hier jetzt nicht tun. So, Conqueror. Ja, dann nimmt der Conqueror unsere Smolensk raus. Oh, Mann. So, nochmal 5000. Ja, nun ist die Frage, warum hat dieses Smolensk da die ganze Zeit noch geschossen? Wie gesagt, wir waren noch in Front. Jetzt sind wir natürlich wieder deutlich hinten. Aber er macht eben nur noch Punkte, wenn er diese Venetia beispielsweise noch versenkt. Aber, okay. Jetzt wird wieder hier hochgeheilt durch den Conqueror. Mal gucken, ob ich ihm da ordentlich einen einschenken kann. Ah, 9-3. Okay, wir machen jetzt Punkte gut. Und jetzt fängt die Venetia auch wieder an zu schießen, wenn der die Venetia rausnimmt. So, aber er hat mich die ganze Zeit hier aufgeschaltet. Das ist ja auch zu sehen. Ah, jetzt will er reindrehen. Ja, er will reindrehen. Okay, also, jetzt sind wir auch wieder vorne. Conqueror ist zugegangen und die Salve läuft. Und nochmal 2 auf die Zita und das ist doch mal ein Abschlussbild. Da hat Yamamoto jetzt mal zugeschlagen. Jo, das war doch was. 198.013 Schaden bei 70 Zieltreffern, 5 zerstört, 1 Brand, 5 mal die Zitadelle getroffen, 12 Treffer mit der Secondary, 2 Schiffe aufgeklärt. Vernichtenden Schlag haben wir bekommen, Unterstützer haben wir bekommen, Kraken haben wir freigelassen und den Großkaliber haben wir hier auch bekommen. Also, wow, war eine knappe Kiste, hätte ganz, ganz anders ausgehen können, aber in dem Moment war dann auch ANG ein bisschen bei uns und dann hat das schon gepasst. 3.175 Basiserfahrung, das ist doch mal eine Hausnummer, ohne gecappt zu haben. Hätte ich jetzt irgendwo noch mitgecappt, wer weiß, was dabei rausgekommen wäre. Und jetzt gucken wir mal hier, 2,18 Millionen potenziellen Schaden, also versteckt habe ich mich definitiv auch nicht mit der Yamato. Und den Conqueror haben wir versenkt, Yamato versenkt, Demoind versenkt, Minotaur versenkt, Colbert versenkt und der Stalingrad haben wir auch knapp 25.000 abgenommen. Jo, also ich muss sagen, das war doch mal wirklich ein gewertetes Gefecht, wie es richtig Spaß macht, auch auf Tier 10. Also, jo, das spiele ich gern, sehe ich gern und wenn du es auch gern gesehen hast, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch, abo den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal live auf Twitch rein, den Link findest du in der Videobeschreibung, kannst auch gleich ein Follow da lassen, wenn du möchtest. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von den gewerteten Gefechten auf Tier 10 hältst, was du von der Yamato in den gewerteten Gefechten hältst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.